Hier fragt iTunes noch mal nach, ob diese Aktualisierung durchgeführt werden soll. Und hier können Sie auch noch mal alle neuen Funktionen durchlesen, welche nun mit iOS 5 eingeführt werden. Wir sehen also eine sehr lange Liste an Verbesserungen und auch an neuen Funktionen. Hier unten steht auch noch mal mit, für welche Systeme oder iPhones und iPads diese Version verfügbar ist. Gehen Sie nun noch weiter. Die übliche Lizenzabgleich, den Sie akzeptieren, sieht man entsprechend iPhone Software Update, in dem Fall 774 MB. Abhängig von Ihrer Internetgeschwindigkeit dauert es nun ein paar Minuten, bis der Download des iOS 5 abgeschlossen ist. So, der Download der etwa 774 MB ist jetzt gleich abgeschlossen von Apple iOS 5. Und wir werden gleich sehen, wenn der Download abgeschlossen ist, dass dann automatisch die Installation auf dem iPhone 4 in dem Fall beginnen wird. Es wird jetzt zunächst noch ein Backup durchgeführt, damit alle Ihre Daten, wie Musik, Kalender usw. gesichert werden und nach dem Betriebssystemupdate des Handys dann wieder verfügbar sind. Abhängig auch von der Größe, wie viele Daten Sie auf dem iPhone drauf haben oder auf dem iPad, dauert dieser Vorgang auch einige Minuten. So, nachdem das Backup abgeschlossen ist, wird jetzt die Software iOS auf dem Rechner entpackt und nun wird die Installation begonnen. Wir sehen jetzt hier auf dem iPhone entsprechend die Verbindung, das heißt, das iPhone wird für die Wiederherstellung vorbereitet. So, wir sehen jetzt hier, wie das Betriebssystem auf dem Apple iPhone installiert wird. Auch dieser Vorgang dauert einige Minuten. So, ich starte das iPhone jetzt neu, nachdem die Installation der Software abgeschlossen ist. Auch das dauert jetzt einen Moment. So, das Gerät startet jetzt nochmal neu. Ich muss es jetzt entsperren, damit entsprechend die Synchronisation abgeschlossen werden kann. So, ich habe jetzt die PIN eingegeben. So, ich verbinde das iPhone jetzt erneut. So, das Backup ist jetzt vollständig eingespielt worden. Es dauert nun einen kleinen Moment, bis das iPhone nochmals erneut startet. So, das iPhone startet jetzt nun neu, nachdem das Update eingespielt wurde. Und auch das Backup meiner Daten. Und jetzt werden nochmal die Apps und andere Daten entsprechend installiert. Das Gerät startet jetzt nochmal neu. Und das zeigt mir jetzt hier nochmal an, dass die SIM-Karte gesperrt ist. So, das zeigt mir jetzt hier, dass die Wiederherstellung des iPhones abgeschlossen wurde. Dann kann ich jetzt nochmal sagen, was ich alles aktivieren möchte. Hier auch die neue Funktion Apple iCloud. So, im nächsten Schritt können oder müssen Sie Apple iCloud konfigurieren. Entweder Sie sagen, Sie möchten es nicht verwenden. Wenn Sie es verwenden möchten, können Sie hier einige Schritte durchgehen. Sie können jetzt hier sagen, ob Ihre Kontaktdaten, Kalenderdaten zusammengeführt werden sollen. Das verneine ich in dem Fall. Dann können Sie zum Beispiel einstellen, dass Ihre Datensicherung des iPhones künftig in der Apple iCloud erfolgt. Das heißt, ein Online-Backup Ihres iPhones. Wenn es also mal verloren geht, können Sie die Daten ohne Probleme auf ein neues Gerät wieder aufspielen. Dann gibt es hier die iPhone-Suchen-Funktion. Wenn Ihr iPhone mal verloren gegangen werden sollte, können Sie es entsprechend suchen oder auch eine Nachricht auf dem Gerät anzeigen. Hier können Sie nochmal sagen, wenn Fehler auftreten, sollen die an Apple gesendet werden oder nicht. Und nun ist das Gerät fertig eingerichtet. Und in dem Fall ist die Frage, ob ich einen Grot festlegen möchte für meine Daten. Und ich finde ich einen Schuchten. Vielen Dank. Vielen Dank.